Hallo, servis, guten Tag. Und zwar, ich bin Rutter Bacher vom Zweiradcenter Bacher. Wollte euch nur sagen, dass wir eigentlich jetzt auch da sind für euch, für Service, für Reparatoren. Bitte ruft an unter der Nummer 07572 5696 oder schreibt mir eine E-Mail info at zweiradcenter-bacher.de. Also am besten nochmal einen Termin vereinbaren und dann gehören wir uns jetzt auch in diese Situation hin.